Einer der schönsten Momente, die man überhaupt haben kann als Mann und Kind. 51 Jahre. Jetzt hab ich's. Guck mal hier. Eine echte Metis Baby. Vom feinsten, vom Horst für Horst gebaut. Was soll ich sagen? Ich liebe sie. Guck mal. Schön hoch, weich wie ein Mädchen. Nur so hört besser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nichts, bis zum nächsten Mal. Und scheibe den Vom. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020